Ja, hier wird Nährisch gefeiert und wir heißen Sie willkommen zur bereits fünften Ausgabe von Montafund TV, ein Tal macht Fernsehen. Hier wird gesungen und gelacht in der närrischen Jahreszeit im längsten Fasching des Jahrhunderts. Ja, schon wird umfunktioniert zum Fürstentum Gampretz und was wäre ein Fürstentum ohne die Fürstin und ohne den Fürsten. Und da habe ich ein ganzer Jungs, ein Knusprigsmörtchen gefunden, die ist Fürstin. Wie fühlst du als Fürstin? Saumohl! Und der dazugehörende Fürst, ja, er ist einer, den man kennt, der Gemeindearzt. Und jetzt ist er plötzlich Fürst. Wie ist dem gekommen? Das Volk hat mich gewählt. Und das Volk hat gut gewählt, genauso wie Sie gut gewählt haben. Montafund TV, ein Tal macht Fernsehen. Aber nicht nur in der Narretai sind wir für Sie, sondern beim Heurigen. Wir sind bei der Simon & Garfunkel Revival Night und auch bei der Spanischen Nacht waren wir für Sie. Kommen Sie mit! Danke! Jetzt ist aber das Trinken gegangen. Ja.